Hallo, in der heutigen Late-Night-Show geht es um Cthulhu und wir reden über einen Rollenspielband, das grausame Reichsheilen-Schan und über ein Bildband zu At the Mountains of Madness. Wir haben heute ein großes übergeordnetes Thema, nämlich aus einem Text von Lovecraft ein fertiges Buch machen. Und da Lovecraft kurze Geschichten schreibt und man teilweise sich auch nur auf kleine Fetzelchen darauf beziehen kann, haben wir zwei sehr unterschiedliche Beispiele dafür, wie das funktionieren kann. Wir reden einmal über das grausame Reich Zan-Schan. Das ist ein Hintergrundband mit einem einleitenden Abenteuer für ein Reich, das im Jahre 5000 existieren wird und das dazu gedacht ist, vielleicht einfach eine neue Spielwiese zu werden. Das grausame Reich Zan-Schan ist ein Band, der mit einer Setting-Beschreibung, Plot-Hooks und Kampagnen-Ideen und einem Abenteuer einen neuen Schauplatz für Cthulhu-Ider-Abenteuer aufmachen soll. Worauf beruht das? Gehen wir kurz ans Originalmaterial und sehen uns die Quelle an. Was wissen wir über Zan-Schan? Ich sprach mit dem Geist von Yang Li, eines Philosophen aus dem grausamen Reich Zan-Schan, das im Jahre 5000 unserer Zeitrechnung kommen wird. Das ist auch nur ein Teil eines sehr, sehr, sehr langen Satzes, der einen ganzen Abschnitt umfasst, in dem ganz viele solcher Dinge aufgezählt werden, die nichts mit Zan-Schan zu tun haben und einfach nur eine große Bandbreite an verschiedenen Zeiten und Leuten darstellen sollen. Und das ist alles. Wie wird daraus ein ganzes Buch? Zunächst, indem ein Fan ist an Chaosium heranträgt. Von 2003 bis 2013 hat Chaosium, die Call of Cthulhu erfunden und über lange Zeit herausgebracht haben, sogenannte Miskatonic University Library Association Monographs herausgebracht, kleine Bücher mit Inhalten von Freien und Fan-Autoren, die auch von diesen in Layout verpackt und aufbereitet wurden, also kaum Aufwand von Seiten Chaosiums bedeuteten. 2010 erschien unter diesen Monografien The Cruel Empire of Zan-Schan von Horrorautor Christian Reed. Die deutsche Version hat diese Monografie übernommen und um ein Abenteuer von Christoph Beke erweitert. Die Entstehungsgeschichte ist also eher ungewöhnlich. Wir waren ausgesprochen neugierig auf den Band. Die englischsprachige Monografie kennen wir nicht. Wie könnte so ein schreckliches Reich im Jahr 5000 aussehen? Was kann man da spielen? Und was für ein Abenteuer macht Sinn als Einstieg? Der Band liefert uns formell auch Antworten auf alle Fragen. Im Jahr 5000 ist Cthulhu erwacht, die Sterne standen wohl endlich mal richtig und hat die Welt nicht vernichtet, sondern nur in den Wahnsinn getrieben. Anstatt des einen Träumers in Relie sind alle Menschen zu Träumern geworden und von Cthulhus bizarren religiösen, außerirdischen Ideen erfüllt. Es ist nicht ganz klar, wie sich das äußert, außer dass sie wohl wahnsinnig sind. Und wenn sie Menschen finden, die nicht vom Traum infiziert sind, diese umbringen. Zan-Schan ist das einzige Reich, das verschont geblieben ist. Also fast. Es gibt noch ein paar andere Flecken, die aus anderen Gründen, meist im Einfluss von anderen bösen Mächten, nicht Cthulhu erlegen sind. Die Macht hinter Zan-Schan waren die unsterblichen Todlosen der Kuen Yuin, die das mysteriöse Plateau von Leng in den Himalaya versetzt haben und mithilfe von Niala Totep Magie gewirkt haben, um Cthulhus Traum fernzuhalten. Niala Totep hatte jedoch aus vagen Gründen schnell keine Lust mehr darauf und die Kuen Yuin haben sich mit den Mythoswesenheiten Aport und Tsathogua neue Gönner gesucht. Und dann arbeiteten sie mit dem Schlangenvolk zusammen, uralten Echsenwesen mit großem Wissen über Magie. Die wiederum verließ ihr Gott Yeek, worauf sie anfing, Hastur anzubeten. Es ist ein wildes Wechselspiel der Götter, das am Ende nicht wirklich große Auswirkungen hat. Vor allem können die Todlosen und die Schlangen gemeinsam dann eine magische Barriere errichten, die Träumer und Traum und andere Schrecken und Diener Cthulhus fernhält. Oh, und die älteren Wesen, auf der Suche nach ihren in der Antarktis verlorenen Verwandten, arbeiten auch mit ihnen zusammen. Und Gule. Manchmal. Und dann kreuzen sie die Menschen unter ihrer Herrschaft mit äußeren und alten Göttern und Monstrositäten und erschaffen so einen Adel, der wahnsinnig und mutiert ist und über übermenschliche Kräfte verfügt. Aus den Reihen stammt auch die Kaiserin des Reichs, die mittlerweile nur noch ein großer Fleischblob in einem Palast ist, der Botschaften aus dem Jenseits und dem weiten Universum empfängt und Visionen an die verstümmelten Diener um sie herum weitergibt, die als einzige ihre Strahlung und Giftigkeit ertragen können. Es gibt also viel hin und her und Verbindungen mit verschiedensten übernatürlichen Kräften, um irgendwann an einem Status Quo anzukommen, der folgendermaßen aussieht. Die sogenannten traumlosen Menschen leben innerhalb einer magischen Barriere und Mauer, die große Teile des heutigen Chinas und benachbarter Nationen einschließt. Sie werden von mutierten, wahnsinnigen Adeligen beherrscht, während unsterbliche Magier und Schlangenmenschen sowie ältere Wesen im Hintergrund an Technik und Magie herumbasteln und die Menschen als Opfer und Soldaten verheizen, um a Cthulhu und Co. draußen zu halten und b in der Antarktis, wo man einen Vorposten hat, nach den Städten der älteren Wesen zu suchen. Und ansonsten gibt es eine kurze Beschreibung von anderen Gegenden der Welt, Monster aus den Traumlanden, altere Wesen auf dem Mond, Chuchu überall, tiefe Wesen an der Küste, Fluggraken aus Australien, Spione der großen Rasse von Yeet, panische Migu, umherstreifende Hunde von Tindalos, eine kulturentwickelnde Schogoten und vage Erklärungen, warum das passiert, die eher meh sind. Wir kriegen Vorschläge, was man in diesem Setting spielen kann. Arme Schlucker, grausame Richter und ihre Entourage, die nach Verrätern suchen, Soldaten und wahnsinnige Adelige und was für Abenteuer einen erwarten könnten. Darunter finden sich Themen für Kampagnen wie In der Antarktis auf die Dienerwesen der älteren Wesen stoßen, die Schogoten und mehr darüber herausfinden, was vor sich geht. Ganze Orte hinrichten, um der Gefährdung des Reiches vorzubeugen. Gegen Menschenfresser an der Grenze arbeiten. In Nordafrika Pyramiden ausgraben und andernorts nach magischen Geheimnissen suchen. Abgerundet mit Vorschlägen, wie man Spielfiguren regeltechnisch angeht und mit einem weiteren Wert zur Selbstbeherrschung und geistigen Gesundheit neben Stabilität, dem Weg, sollte das doch eigentlich eine ziemlich umfangreiche Spielwiese darstellen. Es will aber nicht so recht zu einem geschlossenen Bild oder zu einem reizvollen Hintergrund werden. Aus dem einen Satz in The Shadow Out of Time ist sehr viel gemacht worden, aber wenig davon ist überraschend. Also wirklich überraschend und nicht nur, hä, warum nicht mehr Niala Totep, dafür hast du, was bringt Ihnen das? Zanshan muss natürlich auf heute chinesischem Gebiet liegen. Klingt ja so. Hat also Dynastien und geheimnisvolle Mystiker und selbstverständlich eine große Mauer. Und dann wird einfach drauf gestapelt und Zanshan und die Welt drumherum mit Mythoswesen vollgepackt, ohne dass es sich jemals wirklich schlüssig anfühlt. All die Vorgeschichte und die Erklärungen und Hintergründe lesen sich wie, oh und ich brauchte noch einen Grund, warum ich hier menschenfressende Jojo habe und die das und das machen können und nicht wie etwas, das sinnig oder spannend hergeleitet wird. Und Konzepte, die zunächst spannend klingen, werden dann für Spieler seltsam oder gar nicht umgesetzt. Mutierte Adelige kriegen bei der Erschaffung automatisch eine Geisteskrankheit und sollen sich auch noch ein weiteres Handicap suchen. Nebenbei wurden NSCs beschrieben wie eine haiköpfige Kriegsherrin. Können wir auch sowas haben? Die Eunuchen, genannten verstümmelten Diener der Kaiserin, haben ein paar Punkte auf Cthulhu-Mythos von Start weg. Aber was machen die genau und wie sieht das aus? Es ist zu viel zusammengemischt und zu wenig davon anfassbar spielbar gemacht, trotz der Plothooks und Kampagnenideen, weil diese oft überraschend dröge daherkommen und in ihrer Kürze von maximal einer Handvoll Sätze auch bei spannenderen Dingen kaum etwas anbieten können. Das mag teils auch an dem Text liegen und wie er geschrieben ist. Ob der im Original so wirr war oder das in der Übersetzung entstanden ist, können wir nicht sagen. Aber es gibt immer wieder Abschnitte wie diese. Wo die große Rasse ist, sind auch die Hunde nicht weit. Die Kuen Yuin haben über die Grenzen der Zeit hinweg nach Antworten gesucht und die Hunde sind gekommen. Die plutonische Droge wird vom Militär und den Todlosen verwendet. Bestimmte Elemente der Arcano-Technologie provozieren diese Rasse und nun schnüffeln und bellen sie an den Grenzen der Realität. Die großen Alten scheinen ihnen keine Sorgen zu bereiten, nur die Zeit selbst. Oder es widerstrebt, den tiefen Wesen Krieg führen zu müssen, das halten sie für unter ihrer Würde, aber ihre Herren fordern mehr als nur die Cho-Cho. Deshalb lassen sie ihre Aggressionen an kannibalischen Freaks aus, die sie wie absoluten Abschaum behandeln. Die tiefen Wesen haben kein Interesse an niederen Lebensformen außer als Zuchtmaterial und sie werden keine Experimente an den Cho-Cho vornehmen, deren Genmaterial sie für gefährlich halten. Wie ihr vielleicht merkt, ist der Band kein bisschen für Neueinsteiger geeignet, denn er setzt nicht nur in solchen Abschnitten weite Kenntnisse des Mythos voraus und nimmt sich keinen Raum zu erklären, wer die Fraktionen und Wesenheiten sind, die überall reingeworfen werden, über solche wirren Zusammenstellungen hinaus. Bizarrerweise gibt es im Kapitel zu möglichen Kampagnen unter der letzten Überschrift Reisen diesen Part. Zan Shan ist vielleicht nicht die ideale Umgebung für eine Cthulhu-Kampagne, aber trotzdem kann es als Hintergrund für ein oder zwei Spielabende dienen. Und das nach mehreren Seiten mit Kampagnen für Zan Shan. Das Abenteuer, das im deutschen Band mitenthalten ist, passt da sogar bemerkenswert gut dazu. Es spielt nämlich nicht in Zan Shan. Es geht darum, eine Handvoll von Investigatoren, die auch aus verschiedenen Epochen stammen können, vorgeschriebene Wissensstände und Hintergründe zu geben und sie dann in eine kleine Stadt namens Stillwater Rapids zu setzen, aus der niemand jemals wegzieht oder auch nur verreist und wo seltsame, ständig grinsende Leute bizarre Fragen stellen, um die Loyalität der Menschen zu testen. Wer dabei oder bei einem regelmäßigen Arztbesuch auffällig wird, wird hingerichtet. Stillwater Rapids hat einen Zeitplan, wann welche seltsamen Dinge geschehen, Schauplätze und NSCs und die für Spieler mitzuliefernden Wissensstände um die Wahrheit hinter dem Städtchen und ansonsten viel Freiheit oder anders gesagt auch viel Arbeit für die spielleitende Person. Neben dem widersprüchlichen Namen des Ortes an sich sind auch die meisten Schauplätze in der Stadt seltsam benannt und offenbar mit mehreren Klassikern in der Hand. Um ganz deutlich zu machen, dass es Zeitreise gibt und man überwacht wird, gibt es Mr. Eloys Ice Cream, Morlocks Irish Pub, Huxleys Supplies, Inksock Inn. Irgendwann ist ein Passcode tatsächlich 1984. Subtil ist anders. Und auch der Masterplan hinter dem Abenteuer. Warum die Leute an den Ort gebracht werden und was vor sich geht, ist ausgesprochen seltsam und unnötig wirre und aufwendig mit einer Vorgeschichte, die man als Mitspielende nie so nachvollziehen können wird. Und ja, das Abenteuer in einem Ort, der wie eine kleine nordamerikanische Stadt wirkt, in der sich ein Fan von Zeitmaschine, Schöne Neue Welt und 1984 ausgetobt hat, führt irgendwie schon in Richtung San Shan. Aber vermutlich nur für einen Charakter. Vielleicht. Was dann passiert, ist offen. Es wirkt so, als hätte es dieses offenbar mehrfach getestete und vom Autor selbst als nicht für Einsteige und nicht für jede Runde geeignet bezeichnete Abenteuer schon gegeben und dann wurde es mit einem unter Umständen auftauchenden Gegner mit einem chinesisch klingenden Namen versehen und mit in den Band gepackt. Das Buch ist also viel Inhalt, der auf bizarre Art und Weise nicht liefert, was man sich davon erhoffen würde. Es ist auch eine ziemliche Bleiwüste, da die Monografie so etwas wie Fanwork oder Budget für Illustrationen war. Die jetzt enthaltenen Bilder sind doch eher schlicht und transportieren kaum die Stimmung eines wahnsinnigen Reichs der Zukunft. Der Nutzen des grausamen Reiches San Shan ist also sehr begrenzt. Ein unnötig vollgestopfter Hintergrund für ein paar Geschichten und ein dazu nicht passendes Abenteuer werden wohl eher selten am Spieltisch in den Einsatz kommen. Von uns gibt es dafür nüchtern enttäuschte 4,5 von 10 möglichen Punkten. Der spannendste Partner an San Shan ist der Krieg in der Antarktis. Wo verschiedene Mächte inklusive langsam intelligent werdender Schogoten um die Hinterlassenschaften der älteren Wesen kämpfen. Aber At the Mountains of Madness, das in diesem Part des Settings als Grundlage dient, ist auch eine der bekanntesten und beliebtesten Geschichten von Lovecraft überhaupt und hat eine legendäre Rollenspielkampagne und zahlreiche Settings und Geschichten in anderen Medien inspiriert. Und da wir vermutlich niemals die Verfilmung von Guillermo del Toro bekommen werden, von der er seit 10 Jahren redet, ist die von François Barranger bebilderte Version wohl aktuell eine der besten Varianten, sich die Erzählung zu Gemüte zu führen. Dies ist der erste Band und umfasst 5 der 12 kurzen Kapitel und damit ungefähr die Hälfte von At the Mountains of Madness. Die Geschichte ist vermutlich den meisten, die sich für so einen Band interessieren, zumindest in Ansätzen bekannt. Ein Teilnehmer einer Expedition erzählt uns seine Geschichte, um weitere Expeditionen zu verhindern, denn in den Bergen der Antarktis laut nur Wahnsinn und Tod. Die Geschichte beginnt noch nüchtern mit Vorbereitungen und technischen Details zu der Reise, die Gesteinsproben sammeln und Bohrungen auf dem eisigen Kontinent durchführen soll. Als die Forscher, durch Stürme gehindert und auf verschiedenen Lager aufgeteilt nur noch in Funkkontakt stehen, beginnen die Dinge bizarr zu werden. Eine Gruppe findet die Leiche eines Wesens, wie noch nie eines gesichtet wurde, und macht sich an die Untersuchung. Was ist das für ein Ding? Wo kommt es her? Was werden nach Abbruch des Kontakts die anderen Forscher in diesem Lager finden und wo wird der Wahnsinn sie dann noch hinführen? Es ist eine Geschichte, die überzeugende Recherche mit sich erst indirekt entfaltendem Grauen verbindet und am Ende epische Orte und Geheimnisse erkundet. Und die Bilder, begleitet vom ungekürzten Text, unterstützen das mit immens stimmungsvollem Licht, sauber gearbeiteten Details, atemberaubenden Landschaften und liebevoll und realistisch widerlich gestalteten Elementen des Übernatürlichen. Einzige Schwäche dabei ist, dass auf einer Seite die Farbe der Schrift schwachen Kontrast zum Hintergrund besetzt. Das war's. Und vielleicht das große Format, das nicht in jedem Regal ein Heim finden wird. Aber das hier ist eine faszinierende, hingebungsvoll textgetreu illustrierte und wunderschöne Umsetzung des Materials in edler Verpackung. Eine hervorragende Art und Weise, die Geschichte das erste Mal zu lesen und ein tolles Sammlerobjekt für die, die sie schon dutzende Male gelesen haben. Auf Englisch allerdings. Es gibt Hoffnungen auf eine deutsche Variante, denn der ebenfalls von Barranger illustrierte Band Call of Cthulhu ist bei Heine auf Deutsch erschienen. Aber ob das geschieht und wann der zweite Band kommt, wissen wir nicht. So oder so eine klare Empfehlung für LeserInnen mit guten Englischkenntnissen. Neun von zehn möglichen Punkten. Das ist auf jeden Fall ein Band, der bei mir einen sehr schönen Platz im Regal bekommen wird und der wohl auch öfters wieder rausgezogen wird. Denn auch unabhängig von Lovecrafts Text sind die Bilder einfach großartig, wenn man irgendwas Episches haben will, irgendwas Gruseliges, um sich in die richtige Stimmung zu bringen zum Schreiben oder zu anderen kreativen Taten. Ein weiterer, wirklich sehr schöner Bild- und Illustrationsband von Free League. Ich habe das Gefühl, die wissen, was sie tun. Insgesamt war es das für heute jetzt. Wir haben auf sehr unterschiedliche Art und Weise über Cthulhu-Themen geredet und haben eine sehr große Bandbreite von Umsetzungen gehabt, von meh zu wow. Und ich hoffe, für euch war das zumindest informativ und vielleicht sogar ein bisschen unterhaltsam. Wir sehen uns in der nächsten Late-Nerd-Show. Wenn ihr in anderen stöbern wollt nach weiteren Rezensionen zu Cthulhu, dann findet ihr das selbstverständlich in der dazugehörenden Playlist. Aber wir spielen auch regelmäßig Cthulhu. Da findet ihr One-Shots auf dem Hauptkanal. Und wenn ihr auf unseren Orkensparter-TV-Spielt-Zweitkanal geht, dort findet ihr ohnehin, ohne Mengen an Let's Plays, ständig wachsend. Und bitte abonniert ihn. Er freut sich darüber, der Kanal und ich mich auch. Passt auf euch auf. Viel Spaß beim Rollenspielen, viel Spaß beim Lesen, was auch immer ihr gerade macht, um euch abzulenken und eure Hobbys zu frönen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.